Wir werden jetzt ein Lied singen, aber eigentlich brauchen wir dazu noch einen Jungen. Ja. Mana Mana. Oh, hallo, hast du Lust mit uns zusammen ein Lied zu singen? Mana Mana. Weißt du, was das heißen soll? Ist das ein Lied? Mana Mana. Mana Mana? Mana Mana. Mana Mana. Manah, manah. Manah, manah. Ich hab Mama angerufen. Sie hat geweint vor Freude. Sie will, dass du ihr Brautkleid trägst. Brüsseler Spitzen. Osgut, ich kann das Brautkleid deiner Mutter nicht tragen. Was so, sie und ich, wir sind ganz verschieden gebaut. Wir lassen es ändern. Nein, das lasse ich nicht zu. Osgut, ich will ehrlich mit dir sein. Wir beide können überhaupt nicht heiraten. Warum nicht? Warum? Also erst mal bin ich nicht naturblond. Das macht nichts. Zweitens rauch ich. Ich qualme den ganzen Tag. Ist mir gleich. Ich habe eine dunkle Vergangenheit. Ich lebe seit drei Jahren mit einem Saxophonspieler zusammen. Ich vergebe dir. Du vergibst mir. Ich kann niemals Kinder kriegen. Wir adoptieren welche. Verstehst du denn nicht, Osgut? Ich bin ein Mann. Na und? Niemand ist vollkommen. Ja. Ich bin ein Mann. Untertitelung des ZDF, 2020